Hallo zusammen, seht euch an, was Julian Nagelsmann über den BVB gesagt hat. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind. Zurück zum Thema. Während vor einer Woche noch ziemlich klar schien, dass Niklas Füllkrug trotz Interessegerüchten von Atletico Madrid und Milan sowie der neuen Konkurrenz von Zerugirassi bei Borussia Dortmund bleiben würde, haben sich die Dinge in den letzten Tagen deutlich verändert. Ein Wechsel zu West Ham United steht bevor, weshalb Füllkrug diesbezüglich auch den Rat des DFB eingeholt hat. Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, sprach Füllkrug mit dem technischen Team der deutschen Nationalmannschaft mit Julian Nagelsmann, Sandro Wagner und Benjamin Glück über einen möglichen Transfer zu den Hammers. Und vom DFB erhielt Füllkrug eine Empfehlung, zu West Ham zu gehen, verbunden mit der Ankündigung, dass eine reguläre Spielzeit in der Premier League die Chancen erhöhen würde, als Nummer-ein-Stürmer zur WM 2026 in die USA, Mexiko und Kanada zu reisen. Möglicherweise beeinflussten Gespräche mit Nagelsmann und seinen Trainerkollegen auch Füllkrugs Tendenz, das Angebot von West Ham annehmen zu wollen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.